So, hallo, wir machen weiter bei Super Smash Bros. Ultimate und ich bin mir weiterhin unschlüssig, was ich tun soll. Ich habe das letzte Mal Folgendes gemacht. Ich habe hier sehr viel im Dark-Abschnitt aufgeräumt, was zur Folge hatte, dass der Weg hier frei geworden ist, zu Daris. So. So, jetzt wenn ich aber überlege, dass das Ganze auch umgekehrt hätte passieren können und hier ein Weg zu Kira frei wird, sagt mir, dass es zwei Enden gibt. Aber das würde bedeuten, wenn ich jetzt einen von beiden besiege, ist hier Schluss. Und ich will ja hier alles mitnehmen. Also werden wir jetzt erst hier weiter aufräumen, aber dadurch verschiebe ich ja wahrscheinlich jetzt wieder das Spielfeld. Ja, das hier geht dann ja wieder weg. Jetzt könnte es natürlich auch so sein, dass man jetzt die Gelegenheit hat, Darks zu besiegen, der dann aber irgendwie auf eine Art und Weise halt bleibt, aber man halt trotzdem das geschafft hat. Und dann noch die Gelegenheit, Kira zu besiegen und nur dadurch, wenn man beide mal besiegt hat, also dass man es einmal komplett nach links bringen muss, das Feld und einmal komplett nach rechts. Dass man es so hinkriegt. Aber ich weiß halt nicht. Ich werde jetzt einfach hier weiter alles aufräumen, was da ist. Ich glaube, so machen wir das. Da ist noch ein dunkler. Stürmbahnung. Ich bin halt, ich bin da halt echt unschlüssig jetzt. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich werde erstmal alles aufräumen, was ich aufräumen kann, glaube ich. Weil ich will ja auch hier alle Gegeister mitnehmen und alle, alle Charakteren haben. Und angenommen, plötzlich wäre das Spiel zu Ende. Wäre das hier äußerst optimal. Nein, 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 nein Oh, schade. Tschüss. Ah, vielleicht auch noch nicht. Das war riskant mal wieder. Jetzt aber. Ach, komm. Oh, ich hab da was in der Hand. Tschüss. So. Also machen wir jetzt einfach mal weiter. Und wahrscheinlich verschiebe ich jetzt den Weg da oben wieder weg. Aber was? Es hilft ja nix. Es hilft ja nix. Ne? Ich hoffe, das ist jetzt nicht die falsche Entscheidung. Aber ich will jetzt weder gegen das noch gegen Kira alleine da oben kämpfen. So. Jetzt hab ich gar nicht gelesen, sorry. Aber es war eh nur Pro, ne? Da war eh nicht relevant. Gut, dann haben wir den Teil jetzt abgeräumt. Ach so, jetzt kann ich ja... Na eben. Hier ist ja was Neues aufgetaucht. Machen wir das doch gleich mal, bevor das wieder verschwindet nachher, weil ich irgendwie dumm bin. Keine Ahnung. Möglich ist ja alles. Man weiß es ja nicht sogar. Gold Fuego. Ah, hi. Ich wollte gerade sagen, langsam kann er wieder verschwinden auch. Nice. Tschüss. Easy. Gewonnen. Alles klar. So, da geht's jetzt nochmal zu ner Hand. Aber vorher wahrscheinlich ne Legende. Natürlich. Ach, das... Na komm, wir nehmen mal Ultra-Bremser rein, weil er lädt schneller auf. Dann ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Weil dann muss er auch nicht... das Zeug da machen. Ja, dann kriegen wir nämlich die Probleme mit dem aufgeladenen Super Smash, die wir hier bekommen würden. Dann passt das schon. Oh, das war ein guter Kombo. Ach, fuck. Ach, fuck. Aber das mit dem Smash funktioniert ganz gut, dass der nicht auflädt. Dann ist es ein relativ normaler Kampf. Oh, was höre ich denn überhaupt? Da war wohl ne Mine. Voll den Rücken. Da. 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 Oh, holy shit. Einer ist raus. Einer bleibt. Aber das reicht nicht. Aber es ist jetzt halt nur noch eine übrig. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Nein! Nein! Wieso ist denn jetzt in die Mini geflogen? Ist da keine Mine denn? Ich dachte, das ist eine Mini denn? Shit! Nein! Nein! Nicht in die Luft, nicht in die Luft, nicht in die Luft, nicht in die Luft. Wört. Gefährlich! Gefährlich, gefährlich, gefährlich was ich hier noch... Ne? Nein! Ah! Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Schade, dass es jetzt noch nicht geklappt hat, aber kriegt man hin. Aber schade, dass es jetzt noch nicht geklappt hat. Komm mal. Ah, toll. Nein. Nein! Nicht, was ich wollte. Ich schmeiß gleich Waffenresistenz rein, oder sowas. Ach nee, ich hab ja... kann ich ja nicht. Ich hab ja die Bremse drin. Ich weiß ja gar nicht, was passieren würde, wenn ich die Bremse nicht drin hätte. Ich bin von der eigentlichen Technik hier, nämlich die in Smash, um ja gar nichts mitbekommen zum Glück. Also, möchtest du denn das? Delicious. Fuck, ich hab's weggeworfen. Nein! Das ist doch unglaublich. Nein, ich hasse. So passiert das denn jedes Mal. Andere Richtung, Falken. Das ist doch nicht so schwer, Mann. Das ist jetzt nicht so gut, in der Mitte von den beiden zu sein. Nein, das war gar nicht gut. Also überhaupt nicht. I'm sure. Nein! Nützt nix, weil das der... ja, schwach ist. Fuck. Nice! Schulk ist übrig. Wow, 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 wow. Mach mal nicht. Nice. Hat ja lang genug gedauert, ne? Kritische Treffer hoch, hoch. Alles klar. Huf, 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 huf. So, auf zu Kämpfer hier, Palutinen. Hatten wir Palutiner echt noch nicht? Hä? Ich dachte, wir hatten Palutiner schon. Ja, was soll's. Anscheinend haben wir sie noch nicht. Aber wir haben nur draußen alle Kämpfe gehabt, ne? Hier hat man doch gar nicht alle Kämpfe. Aua. Kann das sein? Ich hab keine. Der ist doch gut jetzt. Ich hab keine. Ich hab keine. Ich hab keine. Nein. Aua. Wow. Shell! Oh! Fuck! Die hat sie halt einfach gefangen, ne? Die hat sie halt einfach gefangen, die Shell. Bereit? Los! Kann man machen. Nein. Au. Das ist das mal. Ja, ist ja gut. Okay, komm. Gibt mir den. Gibt mir den. Und... Guten Flug. Diesmal aber. So. Sehr schön. Eieieieiei. Das sind Kämpfe. Mittlerweile. Und jetzt ist der Weg hier zu, ja? Siehste? Genau das meine ich. Aber ich check's nicht. Ich check's halt nicht so richtig. Ist es jetzt gut oder schlecht, dass der Weg da oben wieder zu ist? Weil ich krieg den Weg jetzt nicht mehr auf. Ich hab keinen schwarzen Geist mehr. Oder dunklen Geist. Oder finsternis Geist. Oder wie auch immer. Was ist das denn? Au. Die sind jetzt ein bisschen krasser hier, denn die Varianten, ja? Äh. Ja, geil. Das wird super... Äh. Das wird jetzt ein bisschen wehtun. Sick. Okay. Okay. Au. Keine Ahnung, was das alles war, aber es war interessant. Ah, shit. Schlecht. Schlecht. Ach, was ist das denn? Hab ich gar nicht gesehen, was er da gemacht hat. Für den Quatsch. Weg. Oder mal so. Ja, das reicht. Nein. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Aua. Äh. Was ist denn? Okay. Uuuh. Nein. Schlechte Idee. Jetzt bin ich wieder da unten drin. Okay. Nice. Ah. Oh, oh. Ah. Oh, das geht genau... Oh, das geht genau zu mir. Jetzt sehe ich das erst. Ah. Alles klar. Das war interessant. Das ist jetzt aber nicht so nett. Fuck. Es ist. Oh nein. Es stimmt nicht, was mir zbeltiert. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein. Nein. So langsam ist jetzt aber mal liegen. Warum? Ah, der Quatsch wieder. Okay. Netze. Ich bin da ein bisschen ungünstig am Rand übrigens. Das geht genau hier hin. Okay. Das ist wieder der Quatsch. Wow. Okay. 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 Kein Problem. Ja. Nein. A toy. Okay. Aua. 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 Ja, das geht. Ah. Nice. Was? Was bitte? Ach komm schon. Ich sollte andere Geister-Dingsen. Das ist Quatsch, was ich gerade mache. Weil der... Der... Dings bringt mir ja gerade gar nichts. Der... Der, äh... Erstreffer-Bonus. Der... Der, äh... Erstreffer-Bonus. Was? Oh, ich kann nicht wegkicken. Nein, nicht gut. Äh... Faktik. Okay. Schön da ausweichen. Sehr schön. Nein! Gut. Nice, das war's. Und tschüss. Huch. 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 Ach, jetzt haben wir einen Geist davon bekommen, oder was? Jetzt dumm haben wir den nicht... Hä? Ne, Quatsch. Haben wir schon immer, oder? Ich bin gerade verwirrt. Wett... Hä? Du hast Meistern aus Kyras Bann befreit. What? Da geht in der Mitte was auf... Genau das muss ich dann hier auch machen. Die Meister hat besiegen. Und dann wird hier eine aufgehen. Und dann muss ich die besiegen. Dann ist das schon richtig, dass ich hier nicht nach links und nach rechts gehen werde. Doch, 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 doch. Dann ist das schon richtig. Jetzt kann ich's ja eh nicht mehr. Jetzt kann ich ja wieder nach links noch nach rechts. Jetzt ist ja nur noch diese Möglichkeit im Prinzip. Ausdauersmatch. Achso, ich hatte sogar eigentlich relativ gutes Zeug. Bis auf ihn hier. Na dann. Oh, super. Dann geht auch weg. Aber das nützt ihm alles nix. Was? War gut, in dem Fall könnte man auch wieder mit Dings dann anfangen. Wenn, wenn... Äh... Lol. In dem Fall könnte man auch wieder mit, äh, Ness anfangen. Quatsch, mit Ness. Doch, mit Ness oder Lukas anfangen. Wenn... Das hier nicht funktionieren sollte. Bereit? Los! Weil die mich ja automatisch... netterweise heilen. Wie ist das damals? Ent sahne wird... Ah, was ist das ever だ? Nichts sind Auftrag, was gzt? Hast du selber gelegt. So. Nicht gut. Aber es dürfte noch nicht allzu wehtun. Ja, es geht, klar. Das sollte klar gehen. Nice. Puh. Okay, der entwickelt sich auch, hat aber auch nur einen Platz. Na dann. Na dann. Jetzt geht das nämlich los. Also ich hoffe, ich mach das richtig und hab jetzt nicht hier mit ne Chance verpasst, verbaut, äh. Da ist nochmal zu besiegen. Keine Ahnung, wir werden sehen. Gewonnen. Gegen das Sand und Ultrasmash nützt dir gar nichts mehr. Tschüss. Aber wir werden sehen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr skeptisch. Das ist nochmal ein Dark-Geist. Den hab ich gar nicht gesehen vorhin. Helfer-Trophäen. Ups. Naja, sollte gehen. Bereit? Los! Wow! Ja, guck mal, der hat ja kaum noch KP. Easy. Gewonnen! Auch Evolution. So viele Evolutionsgeister noch, meine Güte. Ich räum jetzt erstmal auf. Was ist das denn? Was ist das denn? Nein. Hä? solely auf. Schnell. Es geht nicht. Ist das eine Helfer-Trophäe, die ich da die ganze Zeit angreife? Hä? Wen musst du dich jetzt angreifen? War da eine Helfer-Trophäe dabei? Außer die fette Hand? Ja, das ist eine Helfer-Trophäe. Ja, lol. Äh. Hallo? Ach, er macht die Hände. Ach, er macht die... Okay, die Helfer-Trophäe muss weg. Nichts K.O.-Heilung, so ein Quatsch. Können wir Helfer-Schreck und nicht K.O.-Heilung? Ja, meinetwegen. Ach, das ist Isaac selbst. Bereit? Los! Yes! Ha! Oh! Ich glaube, es ist die Hände jetzt auch erledigt, ja? Ja. 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 Ich glaube, es zitiert. Ja. Da. Nein! Mein Gott. Nein! Der hat aufgeladen. Fuck. Ach, was mache ich denn für ein Quatsch? Wo sind die Trophäe? Da. Ach, jetzt ist er hinten gelandet. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht rausknalle, aber die Trophäe muss halt trotzdem weg. Wow, nicht da runter. Dumm. Wo ist das denn? Oh, wie er immer wieder versch... Oh mein Gott. Da hinten ist halt ungünstig. Hey. Nein. Nein. Ernsthaft. Bereit? Los! Los! Oh! Kalko! Nein! Schlechte Idee! Ach komm! Ette! Nein! Boah! Na endlich! Ja, dann halt mich. So, nur noch der dumme Schwertkämpfer üblich. Nein! Nein! Kann doch nie wahr sein. Dumm! Wie dumm war das denn jetzt? Niederlage! Aufsetzen? Willst du mich foppen? Bereit? Los! Nein! 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 Nice. Ah, vorsichtig. Nicht am Rand. Ich wurschte da zu viel am Rand rum, das gefällt mir nicht. Nice. Nice. Oh Gott, das war ein Kampf. Unnötig in die Länge gezogen. Richtig unnötig in die Länge gezogen. Und Evolution, jawoll. So was entwickelt sich denn Isaac? Jetzt müsste man Golden Sun kennen. Ist das von Golden Sun? Ne, von was ist der? Ist der von Golden Sun? Keine Ahnung. Ich hab's vergessen. So holen wir uns noch Roy. Hatten wir... Ey, ich bin verwirrt. Wir hatten oben Roy. Wahrscheinlich hier nicht. Anscheinend. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal was wir schon hatten oder was nicht. Ich dachte aber wir hatten... Irgendwann bin ich verwirrt. Ich dachte wir hatten die alle schon mal. Naja. Egal. Wow, 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 wow. Dumm, dumm Kopf, Conan. Absoluter dumm Kopf, Conan. Mach sowas nicht. Nicht zuhause nachmachen, okay? Gut. Nicht zuhause nachmachen, okay? Ne, Ike hatten wir. Dumm, nicht Roy. Mann kann ich auch. Ist aber langweilig. Scheiße. Ach komm. Na. Äh. Vorsichtig. Wait, bin ich da runterge... Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin der falsche... Ich bin runtergefallen. Nicht er. Ups. Das war ja blöd. Bereit? Los! Nein. 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 Ach, nö. Jetzt hab ich's ja jetzt wieder weggeworfen. Das ist ein gutes Schwert. Komm schon. Ach komm, ach komm, ach komm, ach komm, dann nehmen wir Schell. Guten Appetit. So. Oh man. So, jetzt ist so einigermaßen wieder Gleichgewicht, ne? Jetzt erledigen wir noch jeden hier. Und dann taucht wahrscheinlich die Crazy Hunter unten auf. Ja, cool. Das ist so cool, oh boy. Aber die ist schwächer, ne? Das heißt, die Crazy Hunter unten wird dann auch stärker sein. Ah, fuck, nicht nochmal. Nicht gut. Nicht gut. Ah, raus da, raus da, raus da. Raus da. Schild. Fuck. Nein, 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 nein. Nice. Tschüss. Ah, yes. Gut. Gut, 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 gut. Huh. Huh. Genau, hier gab es jetzt noch nicht die Hand Die gab es dann erst da unten Verstehe So, da taucht jetzt Dann da unten eine neue Crazy Hand auf Ja, Flop Oder halt da oben, meinetwegen Achso, ja, schon da oben Okay, alles klar Und ein neuer Charakter Genau Ui, ui, ui Und jetzt wird dann so langsam hier der Weg nämlich aufgedeckt Zu ihr, also zu Kira Aber ich nehme an, wenn ich die Hand da unten auch noch erledige Ich glaube, dann kriegen wir den richtigen Weg Der nämlich mittig dann ist Weil da ist ja so ein Riss hier, ne? Wenn die andere Hand da auch noch einen Riss hinmacht Dann sollte das doch funktionieren Wenn ich mir das vorstelle Aber das sehen wir im nächsten Part Und dann vermutlich auch in der nächsten Aufnahme 56 Ich brauche 90, okay Und dann vermutlich auch in der nächsten Aufnahme Danke fürs Zuschauen Und tschüss